Ich bin Theresa, ich bin 21, wohne zurzeit in Furtwang und studiere da Medieninformatik im zweiten Semester. Und ja, ursprünglich komme ich aus Denzling und bin aber viel in Freiburg unterwegs. Über die Media Night in Furtwang, da habe ich den Trailer gesehen und dann schreibe ich einfach mal hin und gucke mal in den ganzen Studentenprojekten, die ich über das Semester so gemacht wurde. Es war einmal ein Imagefilm für die Hochschule und dann einmal noch so ein von Kamerasetzen und Lichtführen, so ein kleines Projekt. Ich versuche mein Bestes. Ich habe es noch nicht so oft gemacht, hauptsächlich Spaß. Also ich habe da Bock drauf und ja, dass es was Cooles wird, eine interessante Serie, wo ich dann auch sagen kann später mal so, hey, da habe ich mitgemacht. Es war voll geil, war eine coole Zeit. Hi! Hi Jenny! Ich dachte, ich komme kurz vorbei und schaue, wie es dir geht. Ja, heute habe ich leider keine Zeit. Warum? Was ist? Komm, nur ein paar Minuten. Du, nee, heute geht es echt nicht. Normalerweise schon, aber heute nicht. Ach komm schon. Hey, was ist eigentlich so wichtig? Wie geht es deinem Vater? Du, unverändert, aber wirklich, heute habe ich keine Zeit. Warum denn? Was ist denn los, Jenny? Du, ich habe hier einen Kerl kennengelernt und der kommt gleich. Ach so, sag doch gleich. Ja, sieht es gut aus. Und? Gehst du also? Ich erzähle dir das dann alles. Der kommt jetzt gleich. Okay, ja gut. Tschüss. Ciao.